Vitamin D ist für unseren Körper ein ganz wichtiges Vitamin, weil es in unserem Stoffwechsel viele Funktionen unterstützt und triggert. Dabei handelt es sich eigentlich nicht um einen Vitamin, sondern um einen Hormon, welches wir selber bilden können. Dazu benötigen wir jedoch Sonnenlicht, und zwar in einer gewissen Stärke mit einem UV-Index größer 3. Und diese Stärke der Sonne haben wir nur im Sommer. Von Oktober bis März herrscht in Deutschland der sogenannte Vitamin-D-Winter. Das heißt, wir können kein Vitamin-D selbst bilden. Deshalb haben auch etwa 80% der Deutschen einen Vitamin-D-Mangel, und es ist sinnvoll, Vitamin-D dann regelmäßig einzunehmen. Bisher hat man immer empfohlen, etwa 20.000 Einheiten einmal pro Woche einzunehmen. Das wirkt auch, aber nur gegen die Osteoporose. In den letzten Jahren haben wir aber gelernt, dass Vitamin-D das Immunsystem unterstützt, dass Vitamin-D vor Diabetes schützt, dass Vitamin-D die Gewichtsabnahme erleichtern kann, dass Vitamin-D sogar vor Krebserkrankungen schützen soll und, und, und. Damit wir aber diese positiven Wirkungen von Vitamin-D haben, ist es notwendig, dass man Vitamin-D täglich einnimmt. Jetzt nimmt man aber nicht täglich 20.000 Einheiten, sondern genau ein Siebtel, also 3.000 Einheiten, ein. Grundsätzlich ist es sinnvoll, immer nur so viel zu ersetzen, wie der Körper nicht selbst bildet. Da wir im Sommer aber etwas Vitamin-D bilden können, reichen im Sommer in der Regel 2.000 Einheiten. Dafür nimmt man im Winter dann besser 4.000 Einheiten pro Tag ein. Es gibt deshalb auch Präparate, die genau 2.000 Einheiten pro Dosis enthalten, also im Sommer eine Kapsel und im Winter zwei Kapseln. Damit Ihr Körper aber dieses fettlösliche Vitamin oder Hormon Vitamin-D besser verwerten kann, sollten Sie Vitamin-D immer zu einer fettreichen Mahlzeit einnehmen. Zum Beispiel nach dem Mittagessen, zum Beispiel nach dem Abendessen oder wenn Sie morgens auch fettreich frühstücken, gerne auch zum Frühstück. Wenn Sie Vitamin-D so einnehmen, werden Sie die positiven Wirkungen spüren. Wenn Sie im Sommer und der Dosis enthalten können, weil Sie die von Borose einnehmen für den Barsch Whereas Quintena auch tr Sher metres mandated, diesen St Fighter zur SWM zu lösen. Vielen Dank.